Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Strickstrumpfhosen. Ja, den Namen habt ihr schon gesehen. Womit beschäftige ich mich hier? Also, ich bin Marc und ich stelle euch hier Strumpfhosen für Männer vor. Natürlich können auch Frauen, die anziehen, Kinder, diverse, wer immer es mag. Und Schwerpunkt sind, wie es der Name sagt, gestrickte Strumpfhosen, blickdichte, warme oder auch nicht so warme. Je nachdem, schaut euch die Videos an, ich erkläre es dazu.